Ich zeige jetzt eine Variante der Übung Max Assist. Aus dem Liegestütz heraus, Ellenbogen nach hinten, aktiv den Boden greifen. Von hier aus in die Bear Squat Position, das heißt Po zu den Waden. Dann in den Down Dog, nach unten schauender Hund. Von hier aus wieder in die Bear Squat Position. Eintauchen in die Krokodil Position. Auftauchen in den nach oben schauenden Hund. Wieder zurück in die Krokodil Position. Hochdrücken in den Liegestütz. Und von hier aus geht es wieder von vorne los. Bear Squat, Down Dog, Dive Through, Krokodil, Up Dog, Krokodil. Hochdrücken und dann wieder von vorne. Sollte das zu schwierig sein, kann man das Ganze kniend machen. Grundsätzlich auch bei der Liegestützvariante, je weiter die Füße auseinander stehen, desto leichter ist es. Ansonsten kann man das auch kniend machen und da auch die Füße weit auseinander nehmen. Vielleicht die Variante hier noch mitnehmen und dann auf den Knien durchtauchen. Die Ellenbogen sind eng am Körper. Hoch. Dann wieder hier hin. Den nach unten schauenden Hund, wenn es geht, mitnehmen. Wieder auf die Knie. Durchtauchen. Und dann alles kniend. Ist etwas einfacher. Und dann alles knie. Und dann alles knie. Und dann alles knie.